Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Eko. Es geht weiter und ich habe neuen Nachbarn bekommen, glaube ich, oder so. Keine Ahnung, hier ist noch jemand eingezogen? Ich weiß es nicht. Oder Xay hat sich geklont. Grüß dich. Ja, ich habe meine zweite Persönlichkeit hier untergebracht. Ah ja, das ist ganz sinnvoll. Und der Tipo hüpft hier auch irgendwo rum. Hi. Guten Tag. Noch nicht dabei der Coach, noch nicht dabei die Sinde. Mal schauen, ob es in den nächsten Folgen klappt. Wir machen jetzt erst mal zu dritt eine kleine Runde. Und ja, am besten fangen wir an und schauen mal, was so in der Zwischenzeit passiert ist. Ja, Hippo und Xay waren mal am Montag, wo ich PixArk gestreamt habe. Da haben die gedacht, komm, Eko. Ja, eigentlich wäre da ja auch eine Eko auch da gewesen. Ja, genau. Wäre gewesen. Ich habe sie versetzt für PixArk. Genau. Dann haben wir gedacht, es muss ja mal was passieren, weil der Stein kommt ja näher. Das Glötzchen da am Himmel da. Genau das. Genau das. Mimimi, was machst denn du hier? Was ist denn das? Äh, das ist... Deine Drehbank hier. Ja, das ist für Straßenbau. Da kann ich Asphaltwege, Steinwege und später auch das Powered Card bauen. Da wollte ich gerade sagen, weil hier ist schon so ein Wagenradzeichnung. Anleitung, Bauanleitung, Ikea-Bauanleitung hast du dir hingelegt. Finde ich gut. Ja, genau. Und gleich aus Stein hingerotzt. Weißt du, da ist man mal kurz nicht da, kommt wieder online, da hat man so ein Steinpalast daneben sich stehen und da unten Hypo hat auch so ein Steinpalast mit Dach mittlerweile. Das Problem ist, du hast ja keine Wahl, weil du musst ja, um deine Werkbänke benutzen zu können, musst du ja so und so viele D2 Materialien haben und dann muss man halt mal so ein rotes Dach da draufsetzen. Das ist richtig. Was ist denn das hier hinter deinem Haus für den Ofen? Das ist die Forge. Aber nicht die, nicht die, ist das die Müllfreie? Das ist die Müllfreie, richtig. Allerdings macht die dafür Pollution. Die macht Air Pollution, richtig. Ja, da habe ich zwei Infos zu. Wollt ihr das rausfinden, oder? So, hau raus. Hau raus. Also Air Pollution kann man natürlich begegnen mit Bäumen. Klar. Also CO2 wird wieder abgebaut durch Bäume. Das ist richtig Natur. Wenn wir CO2 zu viel raushauen, kriegen wir tatsächlich auch einen steigenden Meeresspiegel. Interessiert uns hier auf dem Berg nicht, aber ist interessant. Okay. Okay. Und die andere Sache ist, man kann mit Rohren dieses CO2 in die Erde leiten. Okay. Aber dann bräuchte man da ja irgendwie einen geschlossenen Raum oder so. So ist es. Wahrscheinlich müsste da auch wieder mit Stein arbeiten oder so. Ja, weil sonst mockt das ja irgendwo wieder raus. Richtig. Und ich bin gespannt, wenn man dann in diesen Raum reingeht, dass man einfach tot umfällt oder so. Naja, also da man bisher irgendwie überhaupt nicht sterben konnte, glaube ich auch nicht, dass man dann da drin stirbt. Gehe ich jetzt auch mal von aus. Aber cool, das heißt also, dieses Müllproblem haben wir dann eigentlich schon ein bisschen im Griff, ja. Müssen wir nur gucken, dass wir die Umwelt saumäßig verpesten mit CO2. Aber ich meine, das Ding läuft ja jetzt auch nicht. Das geht relativ schnell weg. Also wir müssen halt gucken, dass wir das Ding halt wirklich nur dann anmachen, wenn wir es wirklich brauchen. Ich meine, hier haben wir jetzt Pollution 0%. Ich schätze mal, diese Pollution, also die Verschmutzung, ist auch das, was, oder da ist auch CO2 mit drin, oder ist das irgendwie... Du kannst auf Map die Air Pollution-Dings anmachen. Ach ja, genau. Und dann hast du Show in Map und dann, ja, hier ist aber nichts mehr. Ja doch, 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 ist noch... Da, wo es grau ist, ist nichts. Und da, wo es so ein bisschen lila wird bei deiner Dings... Also hier scheint noch ein bisschen zu sein. Aber hier ist nichts. Haben wir mal Show in Bird? Hier wird auch nichts angezeigt. Show in Bird. Setz mal die Sonnenbrille ab. Also zumindest ist hier so ein kleiner Radius drumherum. Was? Also hier ist es neblig. Ja, ich sehe es, was du weißt. Hier ist so ein bisschen. Und hier ist es eigentlich kein Nebel mehr. Und du führst in die Bäume so ein bisschen rötlich. Also so ein bisschen Pollution scheint hier zu sein, würde ich sagen. Ja gut, aber minimal vielleicht. Ja, ja, nicht viel, klar. Ja, ja, ansonsten musst du ausziehen, ne? Also musst du dein Industrieglieder... Ja, das ist ein kleiner lila Fleck hier so, wenn man das Ding gerade anhatte. Okay. Also jetzt nichts, was da die ganze Welt zuraucht. Ja, wie gesagt, das Ding war halt auch noch nicht viel an, ne? Also wirklich nur einmal kurz damit XAR forschen konnte. Mehr war, habe ich nicht gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass das in Zukunft Dauer an ist, weil wir wahrscheinlich für alles Eisen und Co. brauchen werden. Also ich kann mal das mit dem Rohr und dem Boden ja vielleicht nochmal in Sauge fassen. Wäre wahrscheinlich sinnvoll, ja. Wahrscheinlich. Ja, ansonsten, der Hippo, hier hat sich was getan, ne? Nö, ansonsten hier eigentlich nicht, nö. Sieht genauso scheiße aus wie vorher, passt. Achso, ja, guck mal hier, dein Kackpflanzenkübel. Hier übrigens, da ist keine Pflanze mehr drin. Kannst du das mal ändern? Nö. Ja, dann sieh mal zu. Wir sind doch selbst die Pflanzen verdert. Verdert. Super, der muss für unser Essen sorgen, wenn man mit dem braunen Daumen... Ja, das ist echt wahr, hier vor meinem Haus ist auch alles vertrocknet. Hier hinten, ach, die ist mittlerweile auch weg, die Pflanze, ja. Also, äh, Koya? Nein. Der ist nicht da. Doch, doch, der ist da. Er geht jetzt ernten. Was ist los? Äh, da mir Hippo gleich einen Maschinenstopp bauen will, bräuchte er sechs Boards und viermal Lava. Kollege. Kollege. Ich baue jetzt mal das, was ich brauche. Warum? Höh, was ist mit meiner Nahrung los? Warum? Äh, steht alles auf Null, steht alles auf Null, komplett orange. Ja, das ist, ähm, nach dem Tag, also wenn ein Tag rum ist, wird praktisch dein gesamter, ähm, Food-Wert zusammen genommen und du kriegst deine EP für. Ja, dadurch sind dann auch die ganzen, ähm, Food, äh, Dings resettet. Von der Frechheit. Achso, also kannst du hier mal kurz reinkommen, Koya. Sobald du irgendwas dann isst, äh, fängt das Ganze dann wieder von vorne an. Oh, ist das aber ein hübsches, hübsches Öfelchen. Haben wir hier keine, keine gebratenen oder gebackenen rote Beete-Dinger mehr, sehr schade. Nee, das ist alles irgendwie so nach und nach verschwunden. Warum? Ganz von alleine, natürlich. Ja, natürlich. Hab ich das wieder in die Kiste reingelegt, statt zu essen, das ist so, näh. Oh, Huckleberry Pie, hm. So. Vor Zeit, dass Kotsch kommt. Guck mal rein. Du bist so krank. Spielt ja schon wieder mit dir, oder? Nein, nie. Also, hier da, die Bakery, die funktioniert jetzt vom Coach und hier hab ich ihm noch so einen Ofen hingestellt. Da kann er kochen. Ja. Brauchen wir nur noch einen Coach, ne? Ja, das würde helfen. Das würde helfen tun. Ja, das Ding ist, ich hab, äh, ich hab ja so ein bisschen was gelernt von, äh, hier, das, von, von Sinde quasi. Äh, jetzt muss ich nur mal gucken. Du sagst, du brauchst dieses Lumber, Lumber-Dings da. Ja, Lumber wäre wichtig. Ja, dann muss ich nur Lumber lernen. Ja. Lumber, Lumber hab ich, Lumber hab ich noch nicht gelernt. Lumber, ja, mein Lord. Lumber, ja. Ähm. 1477, äh, Ankle-Points hab ich. 4-Points. Ich hab noch 700. Ich hab 2.300. Oh, na klar. Dann lern du doch den Scheiß. Lumber. Ich muss noch, äh, Electronics, Industrie und Öldrilling lernen, aber das muss man auch erst noch erforschen. Ja, gut, aber Öldrilling brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal noch nicht. Geht erstmal noch nicht, ne? Unwahrscheinlich. Ist ganz unwahrscheinlich. Also, ähm, wir sollten vielleicht erstmal ein paar andere Sachen lernen. Ich hab, äh, dein Wegelchen gefunden, Hibbo. Ja, genau, das Wegelchen hab ich, äh, ganz fein, sagen wir mal, ich versenkt in der Folge, glaube ich, war das sogar. Ich hab jetzt mal bei Sinde die Sachen, äh, hinten in den Baumlöchern, da war plötzlich so ein Loch, äh, man kann's halt nicht abbauen und da unten Xa ist genau richtig. Ja, klar, also da hätte ich natürlich gucken müssen. Ja, also, wenn dann da, ja, selbstverständlich ist naheliegend, dass der, ja, Entschuldigung. Ja. Schön, ist, wenn ich das auch richtig zuge... Mein Gott. Das musst du schon abbauen. Ach, ist der voll? Nee, den hab ich doch leer gemacht. Was unfähig ist schon wieder. Jederzeit gerne. So. Die Eichen bei Sinde hinten waren noch nicht reif, oder? Nein, die Eichen sind noch nicht reif und nur die dicken Zedern. Da sind noch so ein paar dünne Zedern dazwischen, die bitte auch noch verschonen. Dicke und dünne Zedern. Ja, du siehst doch den Baumstamm, der ist so ein bisschen dicker bei den einen. Ja, okay, ja. Ansonsten ist auch nicht schlimm, wobei Zedern, hab ich, denk dran, von den Zedern die Blätter abzukloppen, ne? Ja, ich klopf, ich klopf eh immer, äh, die Blätter weg. Blätter weg, Äste weg. Insbesondere die Äste, dann wird's wirklich nicht braun außenrum, das ist ganz praktisch. Ja. So, dann gehen wir jetzt mal ernten. Das müsste eigentlich alles reif sein. Wir schauen hier nochmal sicherheitshalber. Sehr schön. Ach herrje. So, Abaxa. Aber? Du wolltest ja Zement von mir, ne? Damit du, äh... Achso, Lumbe. Damit du, damit du, ne? Damit du. Ja, ja. Und dafür brauche ich erstmal 8 Lamba, bitte. Mhm. Eine ganz günstige Sache. Das hört ja echt nach so einem Sport. Was denn? Äh, der, der Asse so hoch, dass du nicht reinkommst. Ja, dann muss man halt... Du musst dir das mal springen und gegen kloppen. Nö, nimm dir Erde. Nimm dir Erde. Ja, nimm dir Erde und schmeißt sie gegen die Blätter. Nein, aber von unten dann hochbauen, du kannst sie ja unter dich bauen. Ja. So, Lumbe. Bedien mich mal an deinem Holz dann. An meinem? An meinem. Warum? Du wirst doch das Lumbe haben, oder nicht? Ja, das ist ein Punkt. Wie jetzt nicht sind, das Lumbe leer machen dafür. So. Ach, ich will immer mit eh die Türen öffnen, ich lern's nicht. Ja, ich auch, das ist total nervig. Also, da die Bäume hier so eng gebaut sind... Oh, guck mal nid. Okay, korrigiere. Doch nicht so gut. Hattest du gedacht, du kriegst kein... Kein... Ja, ich dachte, der bleibt jetzt schön an dem anderen Baum hängen. Hast du mir wieder die Erde braun gemacht und ich muss wieder schauen, wie ich da grün hinkrieg? Äh, nö, nö, nö. Mach mal eben ein bisschen Airpollution. Wo mach ich denn Lumbe? Ja, in der Sormel. Haben wir schon eine Sormel? Ja, das ist... Nein, die wolltest du noch am Envil zusammendengeln. Ach ja. Dann mach mir mal eine Sormel. Wahrscheinlich brauchst du für die Sormel Lumbe. Das wäre ein bisschen witzlos. Ja, das wäre sehr... Ich fände, dann hätte dieses Spiel wenigstens einmal... Oh, nee, aber ich brauche 20 mal Eisen. Dann muss ich jetzt mal hier ein bisschen für Airpollution sorgen. Äh, soll ich das Holz bei dir, Punkt und Co? Ja, oder wirst du bei Sende hinten bauen? Also, wenn der jetzt eh eine Sormel baut, dann hätte ich jetzt gesagt, dann abbau mal alles bei Sinde. Das ist der Schreinerstall da hinten. Der Schreinerstall. Dann bringe ich gleich noch ein bisschen Holz von mir. Ich gehe jetzt so lange ernten, du brauchst ja dann noch ein bisschen Hilfe, oder? Ja, aber wirklich nur ein bisschen, ne? Ja, ja. Aber geh mal ruhig ernten. Fünf Minuten. Die alles hier ernten, sind jetzt unnötig. So, warte mal, ich guck mal, wie lange er die Sormel zum Bauen braucht. 15 Minuten braucht die Sormel zum Bauen. Also, hast du 15 Minuten Zeit? Ja, das ist ja dann nächste Folge. Äh, ja. Ja. Oh, hier sind Tomaten kaputt. Oh. Kaputte Tomaten. Äh, es sind ein paar, die nicht... Ja, mehr Ausfall, Ernteausfall als das letzte Mal. Ich habe schon einmal volle Ernte eingefahren im Off. Äh, das habe ich nicht aufgenommen, weil es einfach zwischen den Folgen war, habe ich gedacht, dann kann man noch einmal anpflanzen. Dann haben wir schon wieder für die Folge noch eine Ernte. Also, Coach kann jetzt da kochen, bis dass er, keine Ahnung, bis dass die Tomaten ihm aus den Ohren kommen, weil ihr seht, ich habe jetzt ein halbes Feld und ich habe 150 Tomaten. Joa, so einen Tomaten scheint es dann wohl nicht mehr zu viel erheben. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ich könnte auch jetzt warten mit dem, äh, mit dem neu anpflanzen, ne? Mhm. Ja, ganz ehrlich, äh, ich weiß gar nicht, wohin damit. Ich habe Coach schon die, die, die Kiste vollgeklatscht, meine Kiste platzt auch bald auseinander. Ja, ich stelle auch noch ein paar Kisten hin, die kosten noch nichts. Ja, das stimmt schon. Wir könnten auch ein bisschen die Kisten tun. Das eine Tomatenfeld habe ich schon gar nicht mehr angepflanzt. Na, guck mal hier, Albe. Tomatenschutzbunker, der ist noch nicht fertig. Pipe for transporting liquids. Aha. Es gibt auch, äh, ein bisschen zu viele Samen. Das Doofe ist echt, dass man nicht einfach was wegschmeißen kann. Also selbst sowas wie Samen, ähm, auch irgendeine Müllkiste, wo ich das reindonnern kann. Wieso, wieso? Ach, komm schon. Äh, ähm, äh, wie heißt du nochmal? Koya? Nee. Kommst du mal hierhin, bitte? Nee. Doch. Eigentlich nicht, weil, äh, Tomate... Doch, du musst die Sommel selber bauen. Wie? Ja, weil ich kein Lumber-Processing habe, kann ich die Sommel nicht bauen. Die musst du selber bauen. Kann es sein, dass du einfach ein bisschen dumm bist? Abhalten, komm hierhin. Okay. Das steht dem Couch hier die Gänse. Zack zu. Wo ist hier? Bei der Hütte. Äh, ey. Guten Tag. Warum ist es gar nicht so dunkel? Kannst du schon nochmal ein Lampen machen? Ja, das ist... Der Xar kommt ja nicht aus dem Arsch. Wo muss ich denn da? Hinten an dem Ende? Was hat dich damit zu tun? Du hast, äh, hier Tello. Ich brauche Tello. Da musst du zu Couch gehen. Nee. Ich muss erstmal die Lager anbinden. Das muss jeder... Muss jeder für sich machen. Ja, du brauchst nur das Baulager eigentlich... Ach nee, doch nicht. Das mit dem Eisen baust du auch. Wie viel... Sag mal, was du an Ressourcen brauchst für die Sommel? 20 und 80. Also 80 Holz, 20 Eisen. Nee, 30 Holz, 20 Eisen. So ist es wieder... Wieder lesbar. Aber es ist... Trotz Lageranbindung habe ich es nicht. Wo sind denn die Eisenbahnen? Warte, ich gucke mal. Lass mich mal kurz gucken. Ach, da sind sie. Mensch. Das sind aber nur 20 Eisen. Ja, 20 Eisen und 30 Holz, habe ich ja gesagt. Ach so, hast du es gesagt. Okay. Ja, ja. Aber wir haben keine 30 Holz, Jung. Sekunde. Ich arbeite dran. Ein Kautsch. Hey. Ein Kautsch. Können sie mir noch ein bisschen... Komm. Du kannst es reinschmeißen, kannst du es ja doch, glaube ich, oder? Hab ich schon. Ja, genau. Passt. Sommel läuft. Und ich muss es dann wahrscheinlich auch rausholen. Das ging zumindest auch bei... Als wir mal bei Sinde waren und Xa irgendwas angeschmissen hat, konnte ich das auch nicht. Ja, das scheint irgendwie ein bisschen verpackt zu sein, wenn wer anderes reingeht, als der den Tisch gesetzt hat. Ich denke, da geht es dann darum, dass die Leute, die dafür halt zu dumm sind, so wie Hippo, das einfach nicht können. Das wäre natürlich auch noch in Wirklichkeit. Bist du, das meine ich? Genau das meine ich. Coach! Ich habe dir einen Ofen gebaut. Einen Ofen? Das ist so ein Ofen. Da kannst du so kochen. Aber Ofen hatte ich doch schon. Oder meinst du nicht? Nee, du hattest... Richtig. Ich habe dir ungefähr 800 Tomaten ins Lager gelegt. Na Gott sei Dank. Ja, ja, dachte ich mir, ne? Du bist bestimmt nach der letzten Folge ins Bett gegangen und hast gesagt, Mensch, hätte ich doch mal 800 Tomaten. Ja, ich habe gesagt 600, aber 800 ist dann gar nicht verkehrt. Ja, ja, und jetzt kommen noch mal ein paar hundert Weizen und ein paar hundert Mais und Beats hast du auch ein paar hundert. Also wenn heute nicht dein Ofen qualmt, dann weiß ich auch nicht. Er ist wieder in der Höhle groß geworden. Äh, ähm, das Problem ist nur, ich stehe in dem Herd. Dann nimmt er den Hammer und dann ganz Nerven um dich rum. Geil. Also, irgendeiner hat mit Ziegelsteine, ähm, eine Ziegelsteindecke gezogen. Ja, das war ich, sonst funktioniert ja dein Bakery nicht. Geht das nicht, ne, stimmt. Vielen Dank. Ja, oh. Also, ich kann die nicht abbauen. Das ist ja schade. Das ist nicht so, sonst stehe ich hier im Herd drin. Steht die Pink Lady im Herd. Ja, die. Warte mal. Die. Ach, da. Authentification. Nee, das ist ein Paddick. Owned by Coach Carter. Ich weiß nicht, warum du den nicht abbauen kannst. Das will doch eigentlich gehen. Ist das geil. Coach lockt ein, erst mal im Lager gefangen. Ach, also entweder falle ich in ein Loch. Oder ich falle in ein Lager. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ist aber gut, wenn man gar nette Kollegen hat, die sich um einen kümmern, wenn man weg ist. Genau. Ja. Ja, Mehl habe ich auch ganz viel angeschmissen, aber ich bin echt gespannt. Ich hoffe, wir kriegen bald dann auch lecker, 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 ne? Gut. Lecker, 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 lecker. Äh, Fleisch habe ich auch wieder ein bisschen besorgt. Also, ich muss halt sagen, was du brauchst. Dann jage ich's euch in Fleisch, Wolf. Ja, ich muss vielleicht jetzt erstmal... Weizen ist mein neues Fleisch. Bei der Mehl. Weizenfleisch. Weizenfleisch, lecker Weizenfleisch. Sieht aus wie Fleisch. Ja, du sagst es. Achso. Nein. Ach nee. Doch, wirklich. Ich muss da ja noch mal Eisen anwerfen, wegen der Zement-Lernerei und so. Mhm. Ja, ich hätte dann auch ganz viel Eisen-Werkzeuge, die ich eigentlich mal reparieren müsste. Eisen-Werkzeuge. Ja, ja. Ich renne hier noch immer mit Steinen in die Gegend. Ja, ich benutze auch hauptsächlich Stein-Werkzeuge, weil die... Ja, aber... Eisen macht halt eher Pollution. Ja, mhm. Ich finde, jeder darf sich ein Eisen-Werkzeug aussuchen, das muss auch gut sein. Das muss gut sein, ja. Dann nehme ich auf jeden Fall die Sichel. Also die Sense. Ja, weiß ich nicht. Oder von mir aus, ich kann auch für jeden Eisen-Werkzeuge machen, dann geht der... Na ja, es ist ja zu, dass du dann Dreck in die Erde leidest. Weg damit, aus dem Sinn. Eisen-Erz haben wir mehr als genug, das ist nicht das Problem. Ja, Eisen-Erz haben wir wahrlich genug, ja. Ja, es geht nur um die Pollution. Aus den Augen, aus dem Sinn. Weg mit dem Zeug. Genau, ja. Wir verwandeln jetzt das Eisen in Air-Pollution. Das sieht man wenigstens nicht. Ja, ich sag hier... Ja, machen wir hier mal so einen kleinen Kohlen-Pot in Echo. Ist ja super. Ja. Ja, ist ja gleich wie zu Hause. Wollen wir sagen, kennst du doch. Ja, ich. So, hier wird Weizen und Mais-Mehl hergestellt. Ja, soll ich jetzt nochmal anpflanzen oder nicht? Unsere Lager platzen auseinander. Ich würde dann irgendwann später nochmal anpflanzen. Coach, würde das schon recht zügig verkochen können, oder? Coach, an der Pfanne jetzt. Ja, ich. Es ist, ähm, ja. Das sagt besser nichts. Wenn es hilft, hau einfach ein paar Beschimpfungen raus. Hippo hat das verdient. Ja, das ist ja Quatsch. Hat er, hat er. Hat er? Hat er. Ich pflanze jetzt einfach an. Wollen wir es ernten, das ist ja wieder eine andere Sache. Wollen wir es ernten, wenn wir es brauchen. Und sehen wir auch mal, wie lange es hält, bevor es vertrocknet. Ja, dann fangen wir doch mal an mit exotischen Fruchtsalaten. Ja, guck mal, siehste. Vor allen Dingen exotischer Fruchtsalat mache ich persönlich auch immer im Herd. Im Herd. Da bin ich, also Salate generell, generell brauche ich immer vier Herdplatten für. Ja, 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 ja. Das ist richtig. Lass mich raten, exotischer Salat ist dann rote Beete. Exotischer Fruchtsalat? Fruchtsalat. Ist Tomate und rote Beete. Ja, ja. Ja, exotisch. Vor allem Frucht. Also gut, Tomate, Frucht, ja. Aber rote Beete, ist das eine Frucht? Nein, ist nur eine Wurzel. Oder? Ne, Quatsch. Ne, ist keine Wurzel. Ne, was ist ein rote Beete? Rote Beete ist... Ja, gut, das ist so... Ne, Rübe. Rübe. Es gilt Rübe als... Als... Als Frucht. Ne, Rüben sind Gemüse. Aber ist die Tomate nicht eine Frucht? Ja, die Tomate ist eine Frucht, da passt das. Ja, siehst du, hast es doch. Und die Herdplatten brauchst du halt auch, weil du musst ja aus dem Bacon das Fett auslassen fürs Dressing. Ja, ich weiß ja nicht, ob man aus Bacon-Fett-Salat-Dressing macht. Ja, alles ist besser mit Bacon. Ja, gut, da hast du auch gedacht. Ja, da soll mir mal einer widersprechen. Alles ist besser mit Bacon. Ja, dann kann man so stehen lassen. Ja, süße. Da. Hm? Was ist mit meinem Tello? Ich sag dir doch, nein. Vergiss es. Ja, gut. Dann bringen jetzt recht. Du weißt ja, wo ich wohne, ne? Und wo nicht glatt ist, kannst du rennen. Oh, Tello. Ach ja. Dabei hast du es ja auch gerade selbst gesagt. Weg und Fett auslassen. Ja. Und das fällt nicht in meinen Bereich. Ja doch, du bist doch hier der Fettmann. Ich kann dir den Bacon schneiden, aber das Fett auslassen, da musst du jemanden fragen, der das Ganze auch wahr machen kann. Ja, ne, Coach, der isst den Bacon ja so. Hier ist der Lob. Überfordert doch unseren armen Coach nicht, der ist gerade erst online gekommen. Ja, aber das Lagerfeuer brennt schon. Ich habe die Nachricht auch ein bisschen spät gesehen. Ja, ja. Der Nuna. Ach, übrigens haben wir, glaube ich, eine ziemliche Kröten-Explosion, also Schildkröten-Explosion. Und ein paar weggejagt. Ich durfte sie ja nicht killen. Zu Recht. Kröten stehen nur der Schutz, aber hinten bei den Tomaten war das letzte Mal, keine Ahnung, da sind drei oder vier beim Ernten rumgelaufen. Ja, die haben sich auch wirklich vermehrt, nicht nur gefühlt. Das ist die allgemeinte Tomatenkröte. War das so, also haben die, habt ihr jetzt gar nicht geguckt bei der Population, hat es da zugelegt, ja? Ja, also als ich da, ja, doch, Montag war es eingeloggt, waren da Schildkröten plus 30. Yay, von vorher 20, oder wie? Vorher waren es, glaube ich, weiß gar nicht, 40, glaube ich, insgesamt auf dem Sao, also die haben sich fast verdoppelt. Ach, du ernstest nicht. Ja, nee, du musst mal aufpassen, dass das nicht zur Plage wird. Ja, ich hab, wie gesagt, ich hab schon ein paar, äh, wieder eingetütet, die ich jetzt dann nachher als Schildkröten-Schnitzel. Ja, es gibt dann Schildkröten-Suppe. Äh, ich finde die so toll. Mal kurz schauen. Mag Schildies. Ja, also als Suppe sind die nicht schlecht. Ähm. Suppe. So, ich glaube hier, das wird mit, das ist hier, das ist nicht gut. Oh, ich muss auch mal, glaube ich, so, das eine oder andere. Oh, hier ist schon alles lila. Hast du, hast du erfolgreich alles verpestet? Ja. Schön. Also zumindest die hintere Seite meines Hauses. Solange das hinten bleibt, ist alles gut. Äh, also es gibt gerade 190 Schildkröten hier auf dem Sao. 190? Das geht ja noch. Oh, Füchse sind es 42, Truta 90, Bison 78. Wölfe 32, Elche 42 und 129 Hasen. Wölfe haben sich nicht sonderlich vermehrt. Die waren mal 28, also sind jetzt auch nicht viel mehr geworden. Ja, Wölfe habe ich jetzt auch schon echt lang nicht mehr geschossen. Aber ich glaube, ich gehe mal ein paar Hasen und Schildkröten jagen. Ja, klingt nach dem Plan. So. Aber was kann ich dir mitbringen in Sachen, äh, in Sachen Mais, Weizen, Mehl, was brauchst du? Mehl, warte mal. Mehl ist gut, dann kann ich nämlich auch, glaube ich, den Ofen könnte hier, was, glaube ich, könnte. Und ein bisschen Magi-Braucher. Ja, Magi-Kraut. Warum kann ich nicht mehr Mehl tragen? Weil das Gewicht hat und du nur eine gewisse Anzahl tragen kannst. Du hast auf der rechten Seite so ein Strichchen. Hast du auch Huckleberries? Ja, habe ich auch. Das ist doch. Hast du bestimmt in der Kiste, dann hole ich mich mal hier raus. Ja, müssen da oben sein, ja. Okay, dann muss ich meinen Wagen holen scheinbar, weil ich kann das Mehl nicht. Ja. Das ist scheinbar sehr schwer, Mehl. Deinen Wagen, bitte. Ja, ja, meinen Wagen. Ja. Ist ja auch allseits bekannt. Mehl. Gewicht. Ja. Also. Ist ähnlich wie Blei von der Dichte. Ja. Ja. Ja, was brauchst du denn? Sag halt mal. Ja. Aus Huckleberries kann ich ja auch Zucker machen. Ach so. Ja, da sind noch Huckleberry. Dann mach doch aus dem, was da jetzt noch an Huckleberry in der Kiste ist. Mach doch dann Zucker. Dann bringst du mir noch schön ein bisschen Milch mit. Nee, das Milch ist aus. Das Milch ist aus. Aber ich möchte jetzt aber Pfannkuchen. Da kriege ich jetzt irgendwie auch so dezent Lust drauf. Ja, brauchst du auch rohen Mais und also ganz normalen Mais und ungemalen oder könnt ihr den auch noch mitbringen? Ähm, kannst du auch etwas mitbringen? Da habe ich nämlich, aber da fällt mir ein, ich muss glaube ich eine neue Kiste mal aufstellen, weil... Und beim Malen fällt Schrot an. Hast du das auch irgendwie verwussten? Weil da habe ich bisher, das kannst du so futtern, aber das macht jetzt nicht so... Schrott. Warte mal, ich gucke mal in den... In den Wissen. Mach mich ja red, wie es heißt. Äh, Sekunde. Ich muss mal gucken auf Englisch, was das war. Dauert ein wenig, bis ich wieder da bin. Hm. Hm? Ja, dieses Hormel brauchst du lange. Wird belagert dann, ne? Eine Minute 40 noch. Naja, das passt doch. Also ich hätte... Also ich könnte gebrauchen... Äh... Jest? Zucker? Äh, dieses... Äh... Ähm... Cheese oder Jazz, so wie wird es ausgesprochen? Wie ist es... Zum... Fangen wir raus? Eine Beerenkalle. Naja, was gebacktes sind Kuchen halt. Aber dafür wollte ich... Das baue ich aber auch für Brot, zum Beispiel. Dafür brauche ich Mehl und... 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 Also ich habe hier Serial Garm. Das sind diese... Das ist dieses Schrot. Das kann ich dir mitbringen. Ansonsten was... Was von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, kann ich gar nicht mit anfangen. Musst du mal gucken, wo du das herstellen kannst. Was das ist. Ach so, ja... Das kann ich in der... Musst du hier aber auch erst das Rezept. Ja, ich komme gerade nicht drauf. Und das habe ich... Bei H1Z hast du die Scheiße auch gebraucht. Für den Rezept. Wo finde ich denn das? Bei welchem Rezept? Bei welchem Rezept braucht man das? Ähm... Beispiel Brot. Ach da. Äh... Hier, das ist... Hefe? Hefe! Leuchtet das auch ein, dass ich da Rezept... Äh... Und wie stellt man die her? Mal dumm gefragt? Das kann ich dir sagen, wenn ich das Rezept habe. Ja. Im Moment kann ich es dir nicht sagen. Das ist ja... Spannend. Das dürfte dann hoffentlich nicht zu schwer sein. Was los? Viel mal Zucker. Braucht man für eine Hefe. Zucker. Zucker für Hefe. Ja, gut. Das passt schon. Ja. Im groben passt das schon, ja. Aber dafür brauchst du, glaube ich, dieses... Ähm... Dafür brauchst du nur Baking Efficiency. Ihr müsst alle mal mal einen Schrott essen. Ja, ich esse deinen Schrott nicht. Das bringt immerhin Carb... Äh... Also Kohlenhydrate, Fett und Vitamine. Er hat 20 Kalorien. Das ist ganz... Oh, das macht sogar die Punkte hoch. Ich esse das Punkte hoch. Äh. Das macht... So. Du langst die Punkte hoch, macht das gut. Ah, jetzt geht es wieder runter. So, du kannst deine Formel abholen. Yay. Machen wir das in der nächsten Folge. Dann, äh... glaube ich, mache ich mich mal so langsam da dran, meine Hütte mal mit einem Dach zu versehen und... Und, naja, dann bauen wir so ein paar Bretter zusammen für Hippo. Mal schauen. Wird schon werden. Bis zum nächsten Mal. Für mich. Nein. Für dich, nicht. Für Hippo. Ja. Tschau. 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 Vielen Dank.